hallo alle zusammen die neueste tanki ist fertig tanki 31 auf der seite auf b7 gestimmt allerdings mit acht tönen habe ich nur einen dazu gemacht und auf der seite mit akobono gestimmt der grundton ist auf beiden seiten ein h machen wir auch noch mal ein kleines vorspiel ich muss noch ein bisschen dichter genau muss noch ein bisschen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die E-Mail-Adresse steht unten drunter. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ciao!